hmmm irgendwie ist hier gerade ein bisschen ja ne rar ja genau ich baue holz mit meiner schaufel ab ja nicht besonders gut einfach mal bäume in pflanzen auch wenn ich hier die nachher wieder abreißen muss ich brauche holz ganz viel meine eigene plantage habe richtig lustig aus wie gerade ich glaube meine öfen sind fertig und ich muss wieder das stein nachschieben wenn ich schon mal anfangen diesen berg hier abzubauen ja meine öfen sind fertig jetzt hatte ich vorhin so viel glück mit diamanten jetzt lasse ich den gang gerade auf der anderen seite erbt und es kommt da hier gar nichts mehr egal was schon mal was rein so haben wir schon mal mit diesem ding hier abzubauen auf die wenn wir cobblestone brauchen erst am anfang wird jetzt recht langweilig weil ich hier wirklich und was erstmal materialien schaufeln muss erstmal noch erde ablegen die ich nicht mehr gerade brauche die abschmeißen 38 diamanten abfläßig jetzt jetzt geht's los mit der dia spitzhacke und bambam bambam junge alter einschlag quasi dieses weg oh ja das wird jetzt viel cobblestone geben weil das das nicht in den oder gibt es auch in dem mining rucksack nein egal da bräuchte standen ja dann muss ich das von da aber immer wieder in den was da bräuchte standen schürfe rucksack gleich mal gucken was ich dafür da würde sich gerade lohnen boah effizient spitzhacke es geht mal richtig ab hätte jetzt noch haltbarkeit drauf wäre das richtig geil steck schon voll eineinhalb steck schon voll der berg muss eh weg jungs und mädchen 45 49 also ich schick dir mal meine adresse zu ne dann weißt du wo der hin muss so in welche richtung buddel ich mich jetzt richtung diamanten würde ich mal behaupten ja ja das mit sicherheit bei stacks voll ey es geht so mega schnell mit der effizienz 4 alter ist nur einmal kurz ist nur einmal kurz drauf ticken und dann ist die weg quasi was wie game mod oh ja so geht der berg hier ziemlich schnell weg sage ich euch und kies ganz viel kies hier da geht der werk schon zu ende hier alles klar der berg ist schnell weg hier es gibt auch massig koppel 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 wo sind es die diamanten nur saphir ich sag's dir da lohnt sich gleich noch wirklich dann noch mehr ofen hier öfen eigentlich aber hier wumpe hauptsache kopper in dem schlafraum ich habe bei kupfer geschlafen alles vor ort hier alles das übrigens das ding drinnen dass ich dann darüber noch mal in so eine drei höhe machen kann wieder von unten abbau und so nur damit ihr euch nicht wundert warum ich die nicht mit abbau einfach so ein schichtensystem und dann von unten immer weiter weg was ich quasi so von oben herunter abbaue aber uns anfangen systematisch richtig weißt du ich mache hier so zwei mal drei gegangen immer abbauen und dann darüber da das gleiche nochmal dann kann ich immer so runter gehen ganz cool nehmen schon eine stunde auf ich glaube wir haben irgendwas um vor uns nur angefangen oder so alles klar geht ja geht ja hat eine nachricht erhalten eine nachricht kite war wichtig kite ist wichtig er vibriert ich bin wichtig weil ich als handy in meiner hosentasche er meiner gesäßt tasche gehabt klicken müssen kommen schnell irgendwie bist du doch traurig scheiße wo ich weiß wo weiß ich das nur nein das gespräch was übrigens letzten hatten hier mts da dieses bisschen wer weiß denn nur für ab und zu mal mehr brauchst du nicht eine freunde von mir geschickt sie meinte boah männer wir halt jetzt wissen wollen was wir geschrieben haben das wollt ihr gar nicht wissen nein das wollt ihr auch nicht wissen ihr würdet ein feld machen und das mit einer geschwindigkeit dass ihr euch quasi den kopf abschlagen weil es naja egal egal ich sehe gerade meine öfen gar nicht von hier moment ich muss mal kurz die erde weg klatschen hier damit ich noch sehe wie weit meine öfen sind brennen noch ich sehe auf jeden fall licht er sieht licht am ende des tunnels ja noch ja noch brennen sie noch sind sie zugange öffnet auch eigentlich ein bisschen wenig muss ich sagen wo ich gehe mal kurz koppel wieder abladen hier bis 6 habe ich gerade 12 habe ich schon immer mit egal werde nämlich auch schon mal mit ich erschaffe mir gerade eine riesengroße oder euch ihr könnt euch hier nachher auch alle ein haus bauen wenn ihr wollt 55 57 also ich kriege gerade onmas cobblestone das glaubst du gar nicht kannst mit der diamanten gar nicht mithalten ähm sollen wir jetzt einen cobblestone wettbewerb aufmachen wenn mehr cobbles hat nein warum weiß ich nicht also meine mining turtles die ja blablabla die packen die küssen voll mit dem zeug mit dem zeug habe ich so viel das schmeiße ich sogar schon weg bringst du mir auch nachher so viel eisen um uns zu verbinden hier ja wir haben es gerade von cobblestone wir haben es gerade von cobblestone und nicht von eisen ja aber weil ich gerade gesagt habe bringt es zu mir ja weil von wegen ähm eine eisenbahnschiene hier zwischen her und wenn das dorf hier fertig ist ja jetzt kaum der stack machen wir jetzt noch voll wir doch redstone dafür brauchen wegen redstone fackeln unter dem block setzen und dann die dinge und so das ist ja nichts problem aber redstone habe ich ja bei mir ich glaube letztes mal noch sechs text rausgeholt da kriege ich ja genug fackeln raus ja dürfte man meinen von öfen wenn alles klar müssen endermann bei mir hey andy man andy man hole geil wow da brauche ich man weiß dass ich gerade ganz viel cobblestone einschmelze ne ja ja da hast du davon gesagt ja ja glaube ich schon mal so ein paar mal ne wenn man eine schaufel mit haltbarkeit und effizienz verzaubern eine diamantenschaufel alter pop 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 ja die baut definitiv schnell ab wie im creative ja auf jeden fall man muss aber auch aufpassen das geht aber wirklich mehr als im creative habe ich schon getestet ja das ist ja wenn ihr ab und zu mal im creative oder sowas bauen ich muss auch die klatschen oder so ja dann gehe ich aus dem creative mode raus und nehme die schaufel ja ja du kannst im creative bleiben aber du kannst halt die schaufel nutzen nein geht nicht du musst aus dem creative raus ach ja 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 stimmt war was oder berg ist gleich schon weg berg sagen wir mal schon weg gleich arbeit aber auch gerade effizient öh muss auch effizienz legen ha 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 rufen n komm die lage hier mache ich eben noch mit den cobblestone weg den berg kann ich mir merken beziehungsweise braun merken der steht direkt neben mir neben meinem ja den bauk mock ich mir steht direkt neben mir ja boah jetzt nehme ich schon mal ein bisschen weiter da am bock mein endy so cobblestone ah sofort fertig ey so eins behalte ich hier mal ich habe irgendwie so das gefühl ich habe das inventar schon wieder voll mit nur müll weil irgendwie sammle ich die cobblestone schon gar nicht mehr ein boah boah ja was soll's er braucht sich zwar schon mache ich gerade noch mal hier treppen er braucht schon cobblestones wenn man auf diamantsuche ist 20 treppen werden nicht reichen bei wenn wir jetzt erstmal 32 treppen die könnten reichen also drei vier fünf es ist mein stop kaputt fünf mal vier sind äh 20 noch acht stück habe gerade erstmal eine mücke gespeckt so ich brauche noch acht treppen ma 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 so sollte man unbedingt mal eine schaufel machen wer hat mit der hand am abbauen oder was ne aber mit der spitzhacke pfff ja mach glück auf die schaufel drauf ah klar da ich noch mehr dreck habe oder was ja beim englischen heißt es ja dort auch aber im deutschland wird es mit erde übersetzt richtig schön so meine wänke sind fertig schon mal gut ähm ich habe jetzt erstmal wieder einen kilometer langen gang gegraben ich habe gerade erstmal kilometer cobblestone wieder verbraten ähm und hoffe jetzt dass ich meinen stack diamanten jetzt noch voll bekomme oh oh ich glaube das mit dem stack vollkommen hat sich gerade erledigt drei stack steinstufen muss reichen wofür ist die frage erzähle ich habe ich keine ahnung was ich mache sonst konnte man ja immer noch gucken hat keine ahnung was du machst ja ich habe gesagt ich erzähle ja nur was ich hier baue aber wie es nachher aussieht und so cool ne und erstes deckt diamanten voll naja erstes deckt diamanten voll sagtest du gerade schon erstes deckt diamanten voll z habe ich schon direkt verbaut hier hehehe da sollte er hin 34 eigentlich um wir vor wahre voll die slabs aber warum auch nicht das wahre slabs habe ich gesagt das lust kommen noch ein paar diamanten doch ich habe doch erst ein stack ja ohne witz was sollten das feierlich und soll er denn brot und so kauft für seine familie der frau ja die ganzen diamanten und so weiß ja ja ich weiß doch noch nicht für was aber hat sie vielleicht verlege ja noch die ganzen solarzellen wir auf dem dingerdach sind die offen auf dem lagerhaus dach also vielleicht irgendwo nur so eine fette solaranlage dinge macht solarpark wie bei mir oben auf dem dinger wo 32 hin sollten sollen ja oder ich baue mir einfach eine die next größere solar panel stufe oder das ja sogar mal sinnvoller eigentlich eigentlich schon irgendwann müssen wir dann zu 512 haben ich will nicht mit genau einem stack dias heim wenigstens noch einen drauf ne ja wenn es nur ein einziger ist aber hauptsache nicht nur mit einem stack also mickrig aus was will ich schon mit einem stack diamanten keine ahnung so jetzt muss ich erst mal gucken wie die dispenser gehen ja moment dispenser brauchst du einen bogen für ähm ja wieder da spender spender gut was brauche ich denn für den spender bogen koppel und redstone alles klar gut er kommt dann hierhin er kommt dann hierhin geht nach pult sandstein nämlich dafür weiß einer wie man diesen besonderen sandstein macht welchen besonderen sandstein dann gut dass ich sandstein mit doppel s schreibe ich kann ja nachgucken ein stack und sieben diamanten sandstein gemeißelter sandstein ach komm ich nehme einfach ja gemeißelter sandstein machst du einfach aus sandstein ja blablabla nein der sieht hier nicht so schön aus wenn ich muss mir mal ein neues texture pack verfügen anfangen das hat nachgängst du einfach mit einem dann ja